So, wir werfen heute mal einen Blick auf die Giftbrauerei, beziehungsweise Giftbrewery. Ist 4 Euro teuer, 1 Megabyte groß, keine sehr riesige, sehr umfangreiche Mac-Applikation, aber eine, die einem dabei hilft, schnell mal ein animiertes Bild zu erstellen, das sich dann online teilen lässt, per SMS versenden, was auch immer man damit machen will. Wir haben uns hierfür mal ein Video von einer Katze von YouTube runtergeladen. Ich kann das hier kurz aufmachen. Kennt man vielleicht schon mal, so eine Katze, die hier immer in so eine Kiste reinspringt. Und wir versuchen mal da aus einer Stelle ein Giftbild zu machen mit der Giftbrauerei. Die Anwendung für den Mac, die arbeitet nämlich mit mehr oder weniger allen Videos zusammen. Da wählt man sich einfach ein Video aus. Die Applikation geht dann hier auf. Zack. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, im Video direkt rumzufahren, uns da zu der Stelle hinzuklicken, die wir gerne bearbeiten wollen würden, die wir gerne als Gift hätten. Und das mache ich hier mal. Unten gibt es zwei so kleine Schieber, mit denen lässt sich die Start- und Stoppzeit auswählen. Ich hatte ja vorhin so ein ganz nettes Ding, wo die Katze nicht in die Box rein, sondern aus der Box rausgesprungen ist. Muss nur nochmal finden, wo das war. Genau hier. Und sagen wir mal, wir hätten jetzt gerne das Video von der Stelle bis zu der hier. Dann haben wir einmal den Sprung von der Katze da drin. Setzen jetzt mal entsprechend das Ende und entsprechend den Start und können uns hier oben schon mal in dem Create-Gift-Button anschauen, wie die ganze Sache dann aussehen wird. Der braucht jetzt zwei Sekunden, er stellt das dann und spielt uns das in so einem Looping quasi ab. Hier haben wir jetzt unser Gift-Bild. Ist in der aktuellen Größe 1,7 Megabyte groß. Ich könnte das jetzt direkt speichern. Ich habe aber auch die Möglichkeit, hier in den Einstellungen noch ein bisschen auf die Größe einzugehen, darauf einzugehen, wie viele Bilder hier pro Sekunde angezeigt werden. Wenn ich entsprechend die Frames hier von 24 runtersetze, meinetwegen auf 12, dann stottert das Gift beim Abspielen vielleicht ein bisschen. Aber dafür ist es auch wesentlich kleiner dann von der Größe. Frame-Delay können wir hier noch setzen, wenn wir Lust haben. Einen Loop-Mode, der ist ganz nett. Da gibt es unterschiedliche Loop-Art und Weisen. Wir können auch einstellen, dass er nach, keine Ahnung, zweimal aufhört zu loopen und dann einfach stehen bleibt. Ich lasse das hier mal auf dem normalen Setting. Dann spielt er es nämlich einfach immer wieder durch und fängt am Ende der Animationen dann wieder vorne an. Wir haben noch hier oben die Möglichkeit, uns das Bild nach Belieben anzupassen. Wir können sagen, ich hätte das ganz gerne nur 500 Pixel breit. Dementsprechend macht er das dann. Ich glaube, ich setze den Wert hier einfach mal rein. Zieht uns auch das Fenster zusammen. Add Caption gibt uns die Möglichkeit, da jetzt noch einen Text auf dem Bild abzulegen. Dann machen wir doch einfach mal Katze, um uns mal anzuschauen, wie die ganze Geschichte aussieht. Wir haben den jetzt hier unten links drin. Den kann man dann auch noch von der Farbe und der Größe und so weiter anpassen. Zieh den mal hier oben rechts rein. Ich denke, das war es im Großen und Ganzen. Eingestellt ist es soweit. Das Video könnten wir uns hier unten noch anschauen, wenn wir nicht hundertprozentig sicher sind, welchen Bereich wir davon nehmen wollen. Wir wissen das ja schon in unserem Fall. Ich sage jetzt Create GIF. Der stellt uns die ganze Sache. Ist jetzt 1,3 MB groß, nicht die Welt. Ich speichere das. Speichere das auch mal als Katze. Und werde das Bild hier einfach mal dem Artikel, in dem ihr euch dieses Video angeschaut habt, mit hinzufügen. Und dann hat man gleich mal einen kleinen Eindruck, wie die ganze Sache funktioniert. Das ist die GIF-Brauerei. Ganz witzige Option, wie ich fand. Und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen.